Ich hoffe, ich bin gut genug vorbereitet. Wenn ich mir die anderen so anhöre, haben sie noch mehr getan, aber ich war viel wandern, viel Gipfel und ich hoffe, es geht heute alles gut. Bis jetzt bin ich ganz zufrieden, aber jetzt ist es heiß. Man merkt das, wenn wir da runterkommen von der Binz, also jetzt ist schon andere Temperatur und jetzt bin ich gespannt, wie es noch geht, der letzte Anstieg. Glaubst du noch an dich und an dich? Natürlich, ich glaube an mich, das wird schon. Wir sehen uns im Ziel, im Partysand. Ciao. Ich muss sagen, das letzte Stück auf die Engen, durch die Latschen durch, ich glaube, es hat 30 Grad gehabt, das war schon sehr gesagt. War voll cool, war total lässig organisiert. Bis zu eng ist es auch voll gut gegangen und dann kriegt es sich halt noch ein bisschen. Nein, passt. Hat Spaß gemacht, der volle Fälle. Gerade die letzten 12 Kilometer habe ich keinen Kraft mehr gehabt zum Laufen und dann waren da drei von der Spachersen schwarz und ich sage, ich bin, lass weit, das ist nicht mehr weit. Das war echt cool, ein guter Zusammenhalt. Jeder hat jeden motiviert.